Hi! Schön, dass ihr wieder da seid. Sorry, bin ganz außer Atem, nochmal. Hi! Schön, dass ihr wieder da seid, hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch eine Auverstumpfhose und zwar von der Firma Glamoury. Und dazu alles in Gelb. Schuhe, Höschen und DBH. Ich dachte mir, draußen ist ein tristes Wetter. Es regnet, es schneit, aber die Sonne kommt nicht raus. Und ich dachte, ich bin heute euer Sonne und bringe ein bisschen Farbe rein. Was sagt ihr? Passt schwarz und gelb zusammen? Das würde mich echt interessieren. Ich dachte mal, ich probiere es einfach. Aber erst mal zu der Auverstumpfhose. Und das Ganze jetzt im Stehen. Und schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Outfit gefällt. Ich lese mir wirklich alles durch. Aber oftmals fehlt mir die Zeit, alles zu beantworten. Aber ich lese mir wirklich alles durch. Das war's für heute. Und hier bei YouTube mit der Auverstumpfhose muss ich natürlich ein Höschen tragen. Und wenn ihr mehr von mir oder auch weniger sehen wollt. Unten und oben sind jeweils links. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag und bis bald.